Das Wetter, das Wetter in dieser Gegend ist sehr speziell. Im Forum haben die ein ganz schönes Geheimnis gemacht mit dem Kesha. Wow, wie spannend. Warum bist du nicht zu Hause geblieben? Weil ich Zeit mit dir verbringen wollte. Aber ich dachte eher an Wellness oder so. Was ist das denn? Ich lass gestern, gestern sein, ich war ja... Ist dein GPS wasserdicht? Komm, die ist was, Alter! Hey! Sieht so aus, als wäre er einfach so viel lasst, nur an. Jessie! Sie reagiert nicht. Ich hole Wasser. Lass du mich schicken. Ich will ihn nur helfen! Hier drin ist sie sicher. Sicher vor was? Was ist das für ein kranker Scheiß, Mann? Technologie für den dritten Weltkrieg. Mind Control. Die Wellen verwenden die gleiche Frequenz als das menschliche Hirn. Ich habe ihn mit dem Bein. Was ist das denn?